So, und da sind wir nochmal bei einer Folge Deponia. Ich hab eben nochmal unterbrochen, weil wir jetzt eigentlich Sea of Flames aufnehmen wollten, aber jetzt wollen die doch noch die neue Simpsons-Folge gucken. Das heißt, ich nehm jetzt noch eine Folge Deponia auf. Und, äh, keine Ahnung, es ist voll durcheinander hier. Ähm, wir waren hier und haben hier noch nicht alles abgefrühstückt. Nein, sag jetzt nicht, die wandelnde Vorlage. Was? Nein, ich bin der offizielle Lieferant des Autorenteams. Wobei es schon seltsam ist, dass sie ihre Schreibtische immer zur Tür rücken, wenn ich komme. Ich glaub, ich brauch noch mehr Alkohol. Also verzieh dich. Es sei denn, du wirst mir einen Drink spendieren. Sprech erstmal mit einem. Hatte ich ja schon, aber du wolltest ihn ja nicht. Okay, wir haben hier eigentlich alles abgefrühstückt. Wir können erstmal, oder warte mal, äh, nee, okay, wir können nichts machen. Und oder stehlen. Okay. Klopp, klopp. Hm. Mach mich mal auf. Wer weiß, wozu es gut ist. Ja. Hier ist mal eine Sprosse. Aber hier können wir auch nichts mehr machen oben. Ich werde ihn mal lieber in Ruhe lassen. Er sieht so beschäftigt aus. Hast du recht. Mit solchen Typen kann man nicht verhandeln. Die kennen nur eine einzige Sprache. Irisch. Irisch. Ähm. Jetzt wurden mir grad bei Facebook geschrieben. Ihr Feuillioten. Ihr sollt mir nicht schreiben. Ah. Okay, äh. Scheiße. Okay, äh. Achso, das war ja egal. Okay. Das war jetzt auch mal anders. Ich hab Facebook im Hintergrund offen. Das ist super. Ähm. Ich hab die befürchtet, wir können hier unten nichts mehr machen, wa? Ey, die Alte. Hallo nochmal, ungenädige Frau. Da. Da ist ja der junge Vater wieder. Wo ist dein Anhang? Wer? Ach, die Kekse. Keine Ahnung. Hab mich irgendwo liegen lassen. Aber darum geht's auch gar nicht. Wo haben? Ich habe sie live sagt. Aber es war mal. Das kommt immer hin. Und es. Okay, ähm. Das hatten wir schon. Sie als Hexe sind doch bestimmt eine profunde Pilzkennerin. Ich bin keine Hexe, du Pflegel. Na, ist ja auch egal. Wissen Sie jetzt, wo ich so einen Pilz finde oder nicht? Zufällig weiß ich es. Ja, fein. Und welcher ist es? Einer von denen hier? Dreimal darfst du raten. Na, wenn's weiter nichts ist. Diff. Sie haben ihn bei sich, stimmt's? Du hast es erraten. Glückwunsch. Ja. Nimm ihn ruhig. Äh, 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 äh. Nein. Nein. Iiii. Ja. Der Asser. Okay. Ganz kurz mal ausgerastet. Alles cool. Oh. Ihhihihi. Ighit. Alter, das sagt sogar Rufus. Ighit. Oh. Ighit. Komm, lass mal ein Pilzbier brauen. Läuft. Oh. 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 Das hier ist wohl eins dieser Probleme, die sich nicht durch den Krä... Okay, lass uns das mal... Oh. Ich will das noch einmal hören. Ja, warte mal, warte mal. Warte mal, hier der da. Es sieht so aus, als sei der Krug noch halb voll. Lieber mal genauer nachschauen. Nee, warte. Ist doch leer. Es geht doch nichts über eine frisch gezopfte Marsplörre. Man muss hier aber auch... Oh, okay. Das wird lecker. Nein, wird's nicht. Ich sag ja immer, an mir ist ein Barkeeper verloren gegangen. Nicht nur das, Rufus. Nicht nur das. Pilz. Wer wollte denn jetzt? Der hier? Nachschub. Na, endlich. Dann können wir ja nichts falsch machen, ne? Was ist das? Ich fühle mich super. Ist nicht euer Ernst. Größer. Und stärker. Nicht euer Ernst. Vielleicht, weil du auf dem Tisch stehst. Fabelhafter Stopp. Dafür kannst du dir gerne etwas Trinkgeld anschreiben. Okay. Ähm. Klempner. Klempner. Schöne Mario-Anspieler. Freue ich mich. Schön. Ähm. Wir haben den anderen eigentlich noch keine Plörre gegeben. Alter. Was ist mit dem Typ los, ey? Ich raps nicht. Nein, guck ihn dir an. Der hat schon genug. Ach, Quatsch. Nachschub. Na, endlich. So eine miese Plörre. Kein Vergleich zu der leckeren Hormon-Plörre, die sie hier früher hatten. Dafür gibt's aber kein Trinkgeld. Okay. Der will die Hormon-Plörre. Dann will der da hinten wahrscheinlich die Haarwuchs-Plörre. Warum auch immer? Ähm. Da haben wir aber noch nix, ne? Mama selbst gemacht. Sag mir jetzt bitte nicht, dass wir, ähm, zu Mama Bozo gehen müssen und da, knick, knack. Nein, Quatsch. Äh. Naja, du weißt schon, ne? Äh, 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 ähm, ähm. Was ist da hinten los? Gar nix. Gehen wir mal hier rein und fragen meine Mama Bozo nach ein bisschen und so weiter. Hallo. Hallo. Das Haus. Seine ersten Stützräder. Da war er 21. Wie stolz er guckt. Hallo. Hier trägt er wieder meine Schuhe. Oh. Oh. Hallo. Hier trägt... Oh. Okay. Okay. Okay, Opa Bozo hat also auch nix Neues. Gehen wir nochmal zu Bozos Bett. Bett. Bett, 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 Bett. Los, hoch mit dir. Du musst für mich bürgen, damit ich zu... Geh weg. Aber... Lass mich, mag nicht. Ah, Bozo. Es sind nicht die Schütt... Aber was? Es sind nicht die... Aber was hat... Tja, das wisse ich jetzt an... Oh. Ja, ja. Ha, ha. Lustige Idee. Ein Selbstporträt als Sparbüchse. Ha, ha. Ein du miese kleine Ratte, Rufus. Ganz ehrlich. Okay. Ich irgendwo muss und die... Okay. Ja, ja. Sie Muttermilch... Puh... Hormone? Leber nur ungern, denke ich an das. Debruso ist einfach unhaussch... Tsss. Leber nicht nur un... Bruso ist ein... Bruso ist unhaussch... Steht nicht von der Seite. Hm, hm, hm. Hey, Bozo. Da du ja nicht zu deiner Therapie willst, dachte ich mir... Ich kann dich ja therapieren. Hm, hm, hm. Rufus. Ach, komm schon. Das wird lustig. Und so ein paar Pappen hochhalten, das kriege ich auch noch hin. Also. Was erkennst du auf diesem Bild hier? Lass mich doch bitte, bitte. Ha. Das ist ja furchtbar. Warum zeigst du mir das? Das ist doch eindeutig ein niedliches Vögelein. Mann, du bist ja wirklich total gestört. Der schnelle Weg ist meist auch der bessere. Aber in diesem Fall bin ich mir nicht so sicher. Also ich mir schon. Äh... Keine Sorge. Ich passe auf deinen kleinen Bruder auf, solange du ausgenockt bist. Nein! Keine Panik. Ich kann gut mit Kindern. Ich werde ihm ein paar Tricks beibringen. Er kann mir zum Beispiel bei meinem Sägetrick assistieren. Nein! Ach komm, da kann nichts passieren. Baby Bozo ist doch viel kleiner als du. Ja, hat er recht. Ja. Ja, ja. Ach, Bozo. Mama Bozo. Bozo. An diesem B kann sein, aber ich hab... Bozo. Ich habe es nicht nötig beweisen. Immerhin steh ich. Bozo. Okay. Er Briefträger. Hat er was Neues? Du wolltest doch nicht etwa durchs Fenster einsteigen. Was unterstellst du mir denn da? Das ist eine bodenlose Unverschämtheit. Ich... Ich raff's immer noch nicht. Der Typ ist crazy. 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 Hallo. Noch ein Pyjama-Foto. Hehe. Putzig. Oh. Hallo. Und wieder der Herpes. Wie goldig. Oh. Pff. Hallo. Noch ein Pyjama- Könnte ich immer wieder machen. Und wieder. Wie gold. Oh. Könnte ich immer wieder machen. Kommt eigentlich wieder mal was anderes, wenn wir hier... So. Hallo. Hier trägt er wieder. Oh. Hallo. Und wieder. Wie gold. Oh. Okay, da... Okay. Hallo. Hier trägt er. Okay. Ähm. Vielleicht wird sie ein paar Hormone. Hier, dies, das. Opa Bose. Du, Opa. Komm mir nicht in die Quere, Junge. Einige meiner geheimen Zutaten sind hochexplosiv. Und ich muss mich schon genug konzentrieren, um mein Papa Parkinson... Parkinson im Zaub zu halten. Die... Komm mir die Wege. Du, Opa. Komm mir nicht einige meiner geheimen Zutaten. Und ich muss... Oooooookay. Ich will hier raus. Ganz schnell. Ganz schnell. Äh. Pff. Ich verzweifle. Ich kann meine Sachen immer noch trocknen, wenn mein Weltrettungsplan ins Wasser gefallen ist. Hat er recht. Hallo nochmal. Oh. Und ja. Oh. Das. Äh. Diese Gruftis bekommen... Laut Generationenvertrag schulden sie mir noch eine abgeschlossene Ausbildung, Querflötenunterricht und einen sauberen Planeten. Ich nehme stattdessen aber auch gerne den Sportwagen. Hm. Würde ich auch machen. Diese Gruft... Laut Generationenvertrag schulden sie mir noch eine abgeschlossene Ausbildung, Gulli. Teigtaschen-Goon. Hey, Goon. Teigtaschen. Nur ein Slot, die 25, das Stück. Ich finde, er macht das richtig gut. Ja. Macht er. Hey, Goon. Teigtaschen. Nur... Ich finde... Teigtaschen-Goon. Teigtaschen... Teigtaschen-Goon. Okay. Zweimal Teigtaschen-Goon. Äh. Pff. Ja. Zum Rebellen-Lager. Probieren wir jetzt einfach mal. Lotti hat ihre Hormone nicht genommen. Vielleicht hatte der Wahrsager doch recht. Ja, dann gibt sie ihr doch. Was ist da los? Lotti hat... Das scheint... Lotti hat zwei Jahre lang im Rathaus gearbeitet. Das scheint... Aber vielleicht ist das so ähnlich wie mit... Okay. Sie ist unbestechlich. Aber auch mit allem, ne? Pff. Hier ist auch nichts Neues. Uhu. Toni. Ah. Rufus. Setz dich doch. Ich sitze da schon. Komm schon. Und ich sag, wir haben... Okay. Das ist auch nichts Neues. Na gut, aber... Keine Ahnung. Ah, jetzt können wir hier aber, ähm... Dings machen. Möchtest du etwas trinken? Du siehst so vertrocknet aus. Oder hast du nur wieder dein Make-up vergessen? Ich glaube, du meinst den fehlenden Angstschweiß. Ein weiterer positiver Effekt meiner neuen Therapie. Tja. Aber wenn man den Kroko-Look mag... Kroko-Look. Wie scharfsinnig von dir. Nur die Zähne fehlen. Hm. Höhle ins Feuer gießen gehört ja eigentlich zu meinen Lieblingsbeschäftigungen. Aber in diesem Fall... Da könnte ich mich ja genauso gut zurück auf das Fließband legen. Okay. Was ihr Therapeut kann, kann ich schon lange. Immerhin habe ich die ganze Vorarbeit geleistet. Ich muss sie nicht anfunken. Sie sitzt direkt neben mir. Was soll das sein? Das ist... Du wirst es nicht glauben. Eine Alternative zu deiner Therapie. Oh, süß von dir, dass du mir helfen willst. Aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Therapie. Äh, willst du den Flyer nicht wenigstens mal lesen? Nein, danke. Mein Therapeut sagt, dass ich bereits große Fortschritte mache. Und ich vertraue ihm voll und ganz. Oh, dass wir hier auch gar nichts machen können. Ich verzweifle, Leute. Wir werden mal folgen. Ende. Äh, ein paar Minuten mache ich noch. Äh, Babyboos ist natürlich auch da oben. Ja, ich muss berühren. So, ein Scheiß. Aber wir kommen hier auch nicht weiter. Das heißt... Äh, wir gehen mal zum Stadtkern. Und so weiter. Es ist gerade so spannend. Pff. Ja, hier ist nichts Neues, ne? So ein Kostüm ist fast mehr... Und? Entspannend. Ich werde uns... Teppich. Teppich in der... Man kann... Also hier können wir auch gar nichts machen, ne? Gar nichts. Weiterhin... Gefangen. Ich hätte gerne einen Strick. Oh, komm. Gib mir einen Strick hier. Los. Probeexemplare. Ja. Ja, ja. Alter, dieses Lächeln, ne? Ohne Witz. Moos-therapeutische Stricke. Die günstige Alternative. Mhm. Willkommen in Morbid Moos Strickparadies. Und? Haben Sie schon etwas gefunden? Ich guck noch rum. Ein sympathischer, dynamischer Typ mit offenem Lächeln. Sehr vertrauenerwendend. Ach, was wäre ich nur ohne meine herausragende Menschenkenntnis. Tja. Hat der Hangman Death Proof die Schlagung? Schlaufenheizung wirklich serienmäßig? Erst seit der 400er Reihe. Aber ab dem 260er Modell können Sie die Schlaufenheizung für einen geringen Aufpreis nachrüsten. So erhalten Sie beides. Das klassische Design und den Komfort eines mollig-warmen Halsgefühls. Interessant. Aha. Ah, wie ich sehe, sind Sie ein junger Familienvater. Unsere Kinderabteilung befindet sich zwar noch im Aufbau, aber wir haben trotzdem schon jetzt eine große Auswahl für Früh-Aussteiger auf Lager. Ich empfehle die My First Rope Kollektion. Da wird der Strick aus garantiert hautschonender Schafwolle geknüpft. Alter, ganz ehrlich. Das ist so durch, dieses Spiel. Ich bitte Sie. Sehe ich etwa aus wie ein Pfandleiher? Ich bitte Sie. Sehe ich... Ja, siehst du. Ah, unsere Ich-Empfehler wird der... Ah. Und? Ich guck... Okay, ich hätte gerne meine First Rope. Releganza. Der Strick für die modebewusste Frau. Okay, wir müssen am folgenden Ende machen. Es tut mir leid. Und, äh, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, macht's gut. Auf Wiedersehen und, äh, ciao.